das habe ich gerade nicht aktiv nämlich einmal diese leuchtenden büppel ist durch erfahrung ja wegen eh nur wir also ich besser gesagt ja beide kriegst du auch wo siehst du das das teilt sich doch wenn du tab drückst ein level aufstieg cool schaden 16 hervorragend ich muss fässer kopf oh nein jetzt haben wir eine magier und die käfer mann und die ulti lädt sich ja nicht auch wir müssen ein wiederbeleben weil er machen wir schnell ich muss mal schnell die hoch achtung und hinterwiesen die haben die komplett eingekreist kommen wir das leben wieder an du bist du da hinten schnell auf meinen kopf ich habe meine ulti gerade einsetzen müssen uns welche gestorben aber das kriegen wir schon noch in hau drauf ich bin fast tot ja aber wirklich war ich bin tot ab dich gleich wieder aufs maul geklickt wir sind wir kommen zu mir kommen ich habe mich schon mit pilzen hoch das wirklich liegen ja auch um stimmt nein ich bin tot doch ich bin tot und muss mich wiederbeleben ich wollte gerade mit der ulti warten bis du halt auf meinem kopf drauf bist erst mal hier lupen ich stelle ich habe immer hier ein bisschen näher ran ist genau magier schießt doch nicht so auf den kopf auf mein kopf so und feuer drauf dass man magier platt machen dann erst mich ja auch noch mal ja gleich nimmer so feuer frei ja besser keine gnade wenn du ein kannst du ganz cool da kann ich gerade nicht aber ich bin auch gerade leben jetzt ich versuche mal außen rum die zu laufen damit so schnell sind da kann ich nicht ausweichen aber ansonsten kann man glaube ich ganz gut ausweichen bei denen ich habe die strategie geschaut meine ich zumindest dass die strategie ist ich versuche mittlerweile überall bei gegnern strategien zu erkennen seit ich dachte da soll das spiel level ab es geht immer zusammen wenn wir auf dem kopf sind sei noch gar nicht mehr fast dort ja ich habe mir mal hoch ich kann gerade nicht runter weil du mich gebraucht hast aber gerade pilze naschen gehen ich gehe mal mit einem knackigen bronzer arsch hockst du auf mir drauf sehr gut da sag sowas nicht ach so du siehst es ja selber das sieht gerade so lustig aus wenn du diese bronzer bist alles wenn wir so bronzer sind das ist super ist ein giftpilz alter schon wieder ich hätte gerne mal dinge ins hier keinen shop ich hätte eine bessere waffe gerne und rüstung vor allem so 65 habe ich schon es läuft jetzt eigentlich oder ja komm auf den kopf 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 feuer frei schon dabei söcht 13 dann fast voll das schlimme ist ich muss auf zwei lebensanzeigen achten muss auf deine lebensanzeigen achten und auch meine das wird so einfach und wir haben ja auch schnell weil irgendjemand ist gerade tot. Ne, den schon auch, aber machen wir mal die Magier zuerst. Achso, jetzt ja. So, lass mal die Magier zuerst machen, die nervt mich am meisten. Ja. Warte mal. Sind gleich wieder voll. Berserker. Ja, sterb, sterb, sterb. Es macht schon mega viel Spaß, also das muss man schon sagen. Wenn es mir ein bisschen raus hat, dann macht es echt viel Spaß. Oh, du bist, ich bin tot. Oh, fuck, so, nein, ich bin auch tot. Oh, fuck. Das sind gerade alle aus der Abelbrei, wo ist denn Abelbrei? Oh, der ist, kämpft auch noch. Abelbrei. Rescue me. Ah, kann doch nicht. Geh mal da hinten auf den, ja, oder so. So, schnell, wer mit dir? So, warte mal, wir müssen den Lorex noch retten, wo ist denn der? Der liegt da hinten. Was ist denn? Mach du den mal, ich kämpfe hier ein bisschen. Ach so, mein Mann, scheiß Magier leben noch. Verdammt, die Magier können das ja abfedern. Hast du? Ja, sind alle am Leben, aber wo bist denn du? Okay, ich habe mich kurz heilen müssen, sorry. Kein Problem, kann man nicht mal den Magier in den Schnellplatz. So, mach du mal die Magier, ich kämpfe hier mal lokal ein bisschen. Alter, machen die viel Damage. Wo bist du? Ach, da oben. Komm auf den Kopf. So, Sekunde. So, jetzt sind wir wieder da. Alter, irgendwie macht das voll Spaß gerade. Ja, wenn man mal eine Taktik hat, dann geht's, ja. Du musst dann erst mal reinkommen in so ein Spiel. Ach, du hast Berserker. Aber ich hätte trotzdem gerne mal, ich habe jede Menge Loot, ich will das mal ausgeben. Ja, ich habe auch 66 Loot mittlerweile. Wie hast du? 99. Alter, das kann doch nicht wahr sein, du verdammte... Weißt du, das ist genau wie bei Starbound immer. Immer wie bei Starbound. Nein, 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 da hast du immer. Das beste krallt er sich immer, das ist echt unfassbar. Wie bei Starbound, echt. Ja, ich glaube, wir können in den nächsten Raum. Juhu. Ich kann nochmal Ausrüstung kaufen und so. Mit welchem G-Mann, da sind wir doch hergekommen oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ist man nicht hierhergekommen? Ich habe keinen Schimmer. Natürlich. Schaut so aus, ja. Der Loorix sollte eigentlich mal auf meinen Kopf springen, dass ich ihn heilen kann. Wo geh mal lang? Ach, da. Okay. Hä? Nee. Hier war mal... Hä? Ich check gerade nichts mehr. Ah, okay. Wir müssen praktisch... Ach, ich check's jetzt. Ja, du hast praktisch eine Karte, einen Level. Und du hast... Irgendwo hast du das Ziel, das Ende. Du hast den Shop und du hast das Ziel. Und du musst praktisch mit alles nicht durchkämpfen dann. Und der Weg ist halt immer so... Abelbrei, komm her. So. Damit so random Leuten zu spielen, hilft auch ein bisschen. Was machen die jetzt? Ja, das ist wirklich... Keine Ahnung. Abelbrei ist anscheinend gerade AFK. Aber er schlägt zu. Jetzt. Was macht denn der jetzt? Ich check's nicht. Gibt's hier einen Chat? Keine Ahnung. Ich glaub nicht. Ähm. Ja, ist super mit random. Ja. Und weg ist er. Dann können wir jetzt dazu so den Baller machen. Fantastico. Der Vorteil ist, wenn wir bloß zu dritt sind, aber ein weniger zum Hallen dann. Wir haben auch ein weniger Damage-Diele. Schön. Geht das jetzt überhaupt? Ja, da ist er wieder. Ach, da ist er wieder. Ah, ich glaub, da können random wieder Leute reinspringen, da kann das sein. Warum kommen wir nicht durch? Kommt wir erst nicht? Kommen wir von da vielleicht her? Das muss auch aufgehen eigentlich. Das ist doch der einzige... Alle anderen Räume waren wir ja schon. Ich hab keine Ahnung. Komm noch mal her. Wann wir schon? Ja, komm noch mal her. Yo, on my way. Ich hoffe mal, dass wir random Leute nachjoinen können. Ah, jetzt. Ja, Level Ende. Aber kein Shop. Näää. Loot, loot, loot. So sind Kisten. Ach so. 91 Loot. Yay. Ich bin voll der Looter-King hier. Ux, ey. Die Musik ist geil. Und der Anführer steht vorne, so muss das. Ähm. Ist immer das Kanonenfutter, was als erstes dasteht. Jaja. Mhm. Es gibt vier Goblin-Götter. Shaman, Bruiser, Bastard und Jerk. Aha. Du kannst nur für eine kurze Zeit schneller laufen. Nutze das also weise. Aha. Interessant. Ah, ein Shop wäre cool. Das unterschreibe ich sofort. Warte auf andere Spiele. Aha. Wehe, wir kriegen jetzt ein Disconnect oder irgendwas. Das wäre, ähm. Das wäre nicht ganz so geil. Das wäre nicht wirklich geil. Das liegt ja ewig. Lieber Ladebalken. Es war schön. Der Poop, man ist, weißt du, der ist halt schon wieder voll am Looten dabei. Weißt du, das ist halt... Das ist doch das Prinzip. Das steckt ja sogar quasi im Namen. Ja, schau. Looter-King ist es. Da wird der Looter-King gesucht. Ich bin's. Ich sage dazu jetzt nicht, weil mir fällt gerade ein ganz böser Spruch dafür ein. Aha. Schon wieder Käfer. Andere Leute müssen sich das halt antrainieren. Andere haben's halt praktisch im Blut. Steht denn da immer an diesem? Hm? Auf dem Boden sind irgendwelche Platten. So, Sklave. Voranum. Schön, dass ich mal ein Sklave bin hier. Das finde ich sehr gut. Machen wir jetzt den Platz hier und so. Ich hätte gerne mal wirklich einen Shop. So eine bessere Waffe, so ein Eisenschwert oder Diamantschwert oder sowas. Das wäre irgendwie geil. Die Horde ist displeased. Oh nein. Wer ist schon wieder tot? Elorex. Oder? Ach, da hinten. Ich glaube, ich gehe mal wiederbeleben. Das wäre super. Ich habe kaum noch nie. Ich bin schon wiederbelebt. Ich bin tot. Rescue me, my hero. Oh, shit. Ich komme mal zu dir. Das wäre super, weil dann kann ich uns gleich hochheilen. Achtung, das ist hinter dir. Ja, ich bin tot. Oh nein. Elorex. Auf der erhöhten Position. Elorex, geheiligt sei der Name. Wir sind unwürdig, deine Diener zu sein. Oh Gott. Ich krabbel zu Abelbrei. Echt? Wo ist denn der? Ach, da hinten. Lebt der noch? Ach, da lebt der auch noch. Ich dachte, der ist auch tot. Wir sind voll die Bobs einfach. Elorex ist auch tot. Sehr gut. Geht das da? Kann er uns von der erhöhten Position heilen? Ich hoffe, er sehr. Das wird sie gleich zeigen. Oh, ich denke, das geht noch. Gott Abelbrei. Geheiligt sei dein Name. Ja, es geht. Okay, meine Ulti ist ready. Cooper, wo bist du? Springen wir auf ein Köpfchen. Ich bin hier rechts. Ich hänge irgendwie in der Wand. Ich sehe nichts. Abelbrei. Abelbrei ist nicht. Ja, ich bin mal auf einem anderen Felsen. Komm mal hier. Zack. Und Heide, komm. Los. So. Sehr gut. Regenerationszyklus eingeleitet. So. Feuer frei. Schlag zu. Oh ja, die sind alle auf dem Haufen. Das gibt die Champion nicht. Ja, Berserker. Sehr gut. Oh oh. Du bist fast tot, glaube ich. Ja. So, ich gehe mal kurz hier drauf. Komm mal drauf. Geht das? Ah, das ist nicht. Ist klar. Ich bin wirklich gleich tot. Also ein Treffer noch. Ich bin tot. Jetzt nicht mehr. Regeneration eingeleitet. Können wir mal einen Loot hinten einsammeln? Was? Können wir mal unser verlorenen Loot dahinten einsammeln? Dann teilt es sich schön und bei uns auch. Sehr schön. Aber ich will, dass es sich aufteilt. Ich bin alles für mich. Meins, meins, meins. Und das, liebe Freunde, ist tatsächlich das tatsächliche Gesicht vom Haufen. Mein Schatz. Was soll das denn heißen? Ich habe ein ganzes Dabau und Let's Play mit dir. Das Beweist ist nicht so. Du hast sogar mein Schiff maltretiert. In deinen ersten 10 Minuten. Und ich habe das Ende, wo du alles zerlegst. Jede Kiste, die wir finden, wird abgebaut, anstatt zu öffnen. Ich wollte einfach da Geschwindigkeit reinbringen, das Ganze. Ja, ja. So. Also, schlagen wir da drauf, bitte. Wo bin ich drauf? Ach so. Aus war ein Pilz. Habe ich gerade gegessen. Hat irgendwas gemacht. Ja, heilt. Vermutlich geheilt. Ah, okay. Es gibt hier nur Heilung oder Schaden irgendwie. Ach, das sind noch eine Schadungskugel. Ich muss eine Erfahrung skugeln. Ach so. Sieht da jeder für sich, glaube ich, oder? Äh, ich glaube schon. Äh, Elo. Elo, nee. Kubeppi-Boot. Kubeppi-Boot. Das finde ich irgendwie auch ein lustiger Name. Kann ich eigentlich meine Ulti auch zünden dann? Ja, stimmt. Kann ich ja, genau. So, jetzt darfst du mal rumlaufen. Oh, au, au, au. Regenerationszyklus eingeleitet. Jetzt gibt's Zünftig-Schaben. Ich muss echt mein Soundboard fertig machen. Das wird super. Oh, nein. Dann war's das mit den LP-These, ey. Das wird super einfach. Ich schmeiß mich dann weg. Ähm. Du hast kaum noch Leben, ne? Geh mal zurück, zurück. Zurück, zurück, zurück. So. Wollen wir mal kurz weg. Regeneration eingeleitet. Äh, du hast fast kein Leben mehr. Ich auch nicht mehr. Geh mal dir da raus, gerade. Geh mal raus da. Lauf mal von denen weg. Auf ne Erhöhung oder irgendwas. Oh, Pilze. Toll, ich wollte grad heilen. Ja, komm. Spinge da drauf. So. Au. So, Heilung ist aktiv. Das ist ein... Das klappt ich noch sehr gut. Sehr gut. Das ist gar nicht mal schlecht. Dann kann ich uns gleich nochmal voll heilen. Sekunde. Äh, ich brauch noch ein paar Sekunden. So ein Time-Counter wär ganz gut. Man wüsste, wie viel Zeit das noch ist tatsächlich. So, ich hab uns geheilt. Und drauf. So. Bada boom, boom, boom. Boah, stell dir mal vor, du wirst das Spiel alleine spielen. Das ist unmöglich. Das ist ja gar nicht. Ja. So. Okay, wie schaut's aus? Level 2 sind wir. Ah, links, 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 links. Sehr gut. 125 hab ich, du? 141. Das ist unfassbar. Ah, Fässer, 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 Fässer. Ah, die liegen gerade. Oh, oh. Wiederbeleben, wiederbeleben, wiederbeleben. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Ach, schon. Mach's doch gerade. Sehr gut. Komm zurück. Hier. Ja, ich überlege gerade, weil, ja, das gemeinsame Heilen ist cool, aber da geht halt immer einer, der Schaden macht, verloren, wenn wir aufeinander laufen. Ja, aber dafür machen wir doppelt so viel Damage. Nee. Doch, du machst 80 Damage, wenn du vom Kopf bist. Und so mach ich bloß 16 Damage. Oder 34. Stimmt, ja. Äh, ich glaube eh, halt. Wo bist du denn? So. Siehst du? Du machst halt fast doppelt so viel Damage. Nee, nicht doppelt, aber ja, 20 mehr oder so. Und du hast dann die Fähigkeiten kombiniert. Oh, ich bin fast tot. Äh, ich bin gleich tot. Sekunde. Ich muss mich erst heilen, sonst wird das nix. Ist ja doof, wegen dem Berserker, aber so. Nein. Oh, einer ist gestorben. Warte mal, wieder überleben. Komm, ich mach mal schnell um ihn. Ich versuche, abzuhauen gerade. Nein, ich bin tot. Mist, da hat er mich erwischt. Wir sind alle tot, kann das sein? Ja. Ja, wir sind alle tot. Nein. Verdammt. Jetzt bin ich gespannt, wo wir kommen. Vor allem 146 Loot. Gut, jetzt bin ich gespannt. Wenn das jetzt alles futsch ist. Ich hab 120. Oh, natürlich. Das ist ja wieder am Anfang. Generiere Dungeon. Ach, nö. Irgendwie ist das doof, wenn du so viel Loot hast und alles verlierst. Ja, und vor allem nicht mal einmal. Wir hatten nur einmal einen Shop und das gleich ganz am anderen. Das ist ja irgendwie. Ach, nee. Ja, ähm. Ah, ich bin jetzt auch ein anderer. Ja, wir haben zwei. Aber wir haben beide. Du bist ja gleich wie ich, oder? Nee. Aber der eine ist gelieft. Drück mal Q. Ui. Ach, den hatte ich das letzte Mal, ja. Aha. Interessant. Ich hab schon wieder dieses. Ach nee, ich kann jetzt felsen. Okay, es gibt also mehr unterschiedliche Fähigkeiten. Interessant. Ja, gut. Komm. Aber wir sind jetzt gerade nur zu dritt. Ich frage jetzt, kann wieder einer joinen, oder? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Okay. Ich glaub, da machen wir mal was. Ich glaub, da suchen wir uns nochmal zwei andere, mit denen wir uns permanent verständigen können, oder? Da kannst du dich auch besser abstimmen. Ich glaub, ich glaub, mit random Leuten ist das echt schwierig zu spielen. Ja, das kann gut sein, ja. Also, weiß ich nicht. Wär jetzt bloß mal ne Idee. Aber wir werden bloß zu dritt sind, da wird's ja lustig jetzt. Weißt du, was lustig gewesen wär? Wenn wir jetzt gleich einen Shop gekriegt hätten. Haha, mit null Loot. Wäre relativ lustig gewesen, muss ich sagen. So. Aber die Level behältst du zumindest. Stimmt, ja. Das heißt, du verlierst bloß das Loot, was du gesammelt hast. Das musst du halt dann sofort eigentlich ausgeben, wenn du halt einen Shop hast. Was halt nicht ganz so einfach ist. Ich weiß nicht, was trinkt nur das Level. Mehr Leben und Schaden. Nee. Irgendwie sind die Stats bis jetzt immer gleich. Wenn du Level hast, dann kriegst du neue Ausrüstung freigeschaltet, die du kaufen kannst. Ach so. Ach, deswegen konnten wir vielleicht vorher nichts kaufen. Naja, weil wir Level 0 waren. Jetzt sind wir Level 2. Das heißt, jetzt müsste es eigentlich Sachen geben im Shop. Jetzt müssen wir nur noch finden. Wir hätten ja auch wieder zum Shop zurückgehen können vorhin dann, nachdem wir ein Level abhatten. Du kannst immer zurückgehen dann. Du kannst die ganze Mapy erkunden. Das musst du eigentlich machen. Also eigentlich haben wir einen Fehler gemacht. Also sobald du einen Shop mal freigeschaltet hast, musst du eigentlich sofort danach dann hin und deine Sachen halt holen. Ja, meine Ulti ist dieses Mal irgendwie nicht so geil. So. Ja, vor allem das Blöde ist jetzt, du hast halt, wir haben gar keinen Regenerator mehr, ne? Doch, der Elodex. Echt? Ups, das wollte ich nicht. Egal. Naja, ich geh mal wieder runter, schlag mal selber zu. Ich muss mir erst mal heilen gerade, das ist, äh... Äh, na doch, da hab ich einen schweren Angriff vergeigt gerade. Sehr gut. Okay, 24 Loot hab ich schon wieder. Mann, ich glaub, das war die Fähigkeit vom Elodex, das ist irgendwie die beste. Sich selber heilen können, ist ja verdammt viel wert. Naja, das kommt doch drauf an, die anderen machen halt auch viel Damage, ne? Da kannst du halt auch schnell durchrushen, dann. Ja, das ist schon mal... Ich glaub, das sind alle Fähigkeiten gut, du musst halt sauber kombinieren. Ich höre jetzt immer noch nur Loot, ey, das ist nicht cool. Ich hab 24 mittlerweile. Na, ich hol mir dein Loot. Danke. Warte mal, hier ist noch ne Kiste. Jetzt hab ich auch Loot. Verdammt. Was wolltest du grad klauen? Lalalalalalalala. So. Sterbt, sterbt, sterbt. Nein, ich will hier raus. Oh Mann, hier gibt's keine Pilze mehr. Doch, hier ist alle bei mir. Hier. Oh. Loot die mal auf einen Haufen zusammen. Sind sie da so ein bisschen. Oh Mann. So, macht man das. Ultra aufräumen hier. Errungenschaft freigeschaltet. Shaman. Aha. Ich hab irgendeine Errungenschaft freigeschaltet. So, so. Hab ich noch nicht. Oh, ich bin fast tot. Äh, toll. Na toll. Und Elolex ist tot. Ach Mann, grad wollte ich meine Ulti zünden. Ach. Ja, ich wollte auch grad meine Ulti zünden und dann seid ihr beide gestorben. Das ist sehr geil. Ähm, kommt mal irgendwie hier auf diese Erhöhung da. Geht das bei denen auch? Oh, fuck. Nein. Und wieder von vorne. Ja, ich glaub, das müssen wir machen mit so zwei anderen, die wir noch kennen oder so. Ja, vor allem, da müssen die auch in den Discorden so rein, da kannst du dich auch abstimmen besser. Ich glaub, das machen wir wirklich mal im Stream. Also, ich würde vorschlagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Oder, was sagst du? Ja. Und, ähm, ja, an der Stelle, ich werde das Ganze auf YouTube hochladen. Das heißt, für die sag ich vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Man wird leider nur meine Sicht sehen, weil der Cooper hat nicht aufgenommen, glaube ich. Nö. Sehr gut. Ähm, das heißt, ich lade das einfach mal alles auf YouTube hoch dann. Und, ähm, wir werden es einfach mal im Stream weiterspielen. Vielleicht, ähm, gibt's dann ja auch mal da die, ähm, ja, vielleicht stelle ich die Folgen dann auch auf YouTube. Ich weiß es noch nicht. So. Auf jeden Fall. Ähm, kostet momentan, ich glaub, 16 oder 17 Euro bei Steam. Macht eigentlich mega viel Spaß. Wenn man halt ein vernünftiges Team hat, dann funktioniert das auch. Ähm, und... Ui. Ah, ich hab den... In der Kombo muss das ganz schön großen Radius. Ich hab Blitzdamage jetzt hier wieder gerade oder sowas. Okay. Das heißt, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und guck gerne auch mal mit dem Kooper vorbei. Ne. Links in der Videobeschreibung. Ne. Oder auch nicht. Tschüss. Gut. Das sah gerade sehr verstörend aus. So. Wollen wir hier raus? Jo.